McDonalds? Mmmh, McDonalds. Würde ich jetzt auch nehmen. Hätte ich eigentlich nichts gegen. Okay. Ach so werden Burger gemacht. Ah, ich habe mich schon immer gewundert. Moin Leute, wir zocken mal wieder etwas aus dem Internet. Und zwar fangen wir an mit Minecraft. Und ich merke hier gerade, dass der Sound extrem laut ist. Eine Sekunde. Klick, klick. Alles ein bisschen leiser, damit mein Ohr hier nicht gerade implodiert oder explodiert. Kann mein Ohr implodieren? Keine Ahnung. Bestimmt im Weltraum, aber egal. Wir sind jetzt hier easy going in Minecraft. Perfekt. Das sieht nicht so... Boah, Alter. Ganz ruhig. Wir haben doch echt nichts getan. Jetzt lassen wir mal kurz hier runter. Der Pfeil, das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Wo steckt der denn da drin? Oh, nein, 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 nein. Bro, ganz ehrlich. Hat er aufgehört? Alles cool? Jawoll. Guck mal, unser Sohn ist auch noch richtig fresh am Leben. Das passt auch Exit to Menu. So, ganz weiter gehen. Akkorde Game? Na, komm. Zeig mir, was du kannst, Akkorde. Okay. Warte mal. Oh, das... Alter, hier sind schon wieder so viele Sachen am Laden, dass das Ganze wieder völlig am schalaggen ist. Ähm, wo müssen denn die Bälle rein, ey? Äh, okay, die kommen auch wieder... Hä? Ich verstehe das nicht. Warte mal. Komm her! Es ist zumindest nett gestaltet. Ich werfe jetzt nochmal hier einen rein. Achso, da unten fallen die dann irgendwann runter. Das ist ja krass. Okay. Kann ich hier gewinnen? Erinnert mich so ein bisschen an diese Maschinen, wisst ihr? Auf dem Dom oder auf so einem Jahrmarkt, wo man dann so 20 Cent oder einen Euro reinsteckt. Wo kriege ich denn meinen Victory? Äh, warte. Jetzt nochmal. Hier, zack. Genau, hier unten. Komm schon. Try it again. Wo kriege ich denn... Ach, den Jackpot muss ich kriegen. Wir warten nochmal auf die letzte... Ach, wir haben hier noch eine. Nein! Ach, da kommen immer wieder welche raus. Okay, warte dann. Äh. Hopp. Äh. Achso. Try again. Deshalb kommen die da immer wieder durch. Jetzt. Jackpot. 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 Wieso hängt das eine Ding da eigentlich rechts fest? Was ist da los? Wir haben das kaputt gespielt. Nicht ungespielt, sondern kaputt gespielt. Am besten war immer noch der Name Blau gespielt. Komm schon. Ne, du musst weiter... Oh, der eine. Auf der rechten Seite. Komm. Was? Fällt der da jetzt durch? Komm. Komm. Hä? Jack... Jackpot? Oh, warte, ich kann... Falle ich jetzt hier runter? Ja. Hä? Diese... Okay, wir machen mal weiter. Wo ist der... Steht der da irgendwo Win? Ne. Warte mal, ich... Hä? Ich warte nochmal kurz. Ich fall da auch nicht durch. Ich krieg hier keinen Victory. Hä? Jackpot! Verdammt! Ihr blödes Spiel! Er bricht einfach... Ach, komm, Leute. Hier, schönes Spiel. Keine Ahnung, wie der Victory funktioniert. Wir machen weiter mit Green Rope Swing. Sorry, there was a problem. Wann hat die Happy Wheels seit eigentlich mal kein Problem? Oh, halte ich fest. Oh, prima Ballerina. Oh! Okay, es war nur unser Bein. Ach, welcher Mensch braucht... Na, okay, ich hätte gerne... Ich würde extremst weinen, wenn ich auf einmal ein Bein verlieren würde. Aber ein Happy Wheels, beziehungsweise Rope Swing! Verdammt! Holy Macaroni! So, jetzt elegant. Vielleicht mal kein Bein verlieren. Das ist Tip Top. Und jetzt Grab. Vielleicht müssen wir echt genau... Warte... Und... Hopp! Nein! Verdammt! Ah, komm, 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 komm. Du machst das jetzt. Ich vertraue dir. Okay, Leute. Wieder mal das berühmte Spiel. Glaubt ihr, Paluten schafft das... What?! Schafft das bei diesem Try! Ey, das ist doch... Denn... Ich... Ne, ne, ganz ehrlich, nö! Der... Jetzt nicht mit dem Kopf aufkommen, mit dem Bauch, das ist gut. So, ich lass ihn einfach mal ein bisschen... Ein bisschen liegen. Wir brauchen Tempo. Das ist glaube ich das, was wir brauchen. Nicht Tempotaschentücher, sondern einfach mal... Ne, warte. Jetzt. Oder... oder so? Ne. Ey, der ist nicht schnell genug. Jetzt komm. Nein! Okay. Last... Try. Hopp! Und... Hopp! So, nichts Korruptes passieren. Dankeschön. Halt dich fest. Ich werd einfach mal direkt den... Ne, den ersten Schwung. Ich werd einfach... Was passiert denn, wenn ich nichts drücke? Und einfach nur los lasse? Na, das ist doch... Exit! Thank you! Verdammt! Kill your Boss! Das kriegen wir hin! Schön unseren Boss... Töten! Da! Da... Kannst du... Vielleicht... Aufhören? Halleluja! Alle guten Dinge sind 10. Okay, was wollen wir drücken? Und Space? Bam! Nein! Oh! Warte mal, wir müssen unseren Boss grabben. Jawohl, wir haben... Hululu! Jetzt kommt, du Hund! Du hast mich gekündigt, nur weil ich... Geklaut hab? Nimm das! Bam! Haha! Alter Schrede! Exit to menu! Die or die! Das... Klingt auch wieder... Ziemlich korrupt. Ich mein, ich möchte ja gar nicht sterben. Wird ja... Wow! Mine! Wird ja ganz gerne... Nein! Nein! Komm! Ja, was ist los hier? Haben wir eiskalt abgewehrt. Fahren jetzt hier runter und kassieren dann hoffentlich unseren Victory. Huh? Komm! Komm! Hä? Was? Was geht hier ab? Oh yeah! Keep on rolling! Pogo Jump? Nee! For Stupid Creator? Nee! Bottle Run! Mann! Da gibt's mir zu... Zu wenige Bottle Runs bei den User... Level! Okay! Der hat... Der hat nicht so gut funktioniert. Aber das muss uns gar nicht weiter stören. Wir machen das jetzt! They see me rollen! They victory! Das war perfektes Englisch! So... Ähm... Short Knee! Boring Glitch! Harpoon Kill? Hm... Oh! Oh! Oh yeah! Was los? Der nächste... Wenn das mal so in den User-Leveln immer wäre. Dass ich da einen Victory nacheinander abkassiere, einkassiere oder was auch immer. Sword Throw? Hm... Nee! 100%... Darkness? Das war doch bei... Bei... Dave Chappelle mit... I'm Rick James! Bitch! Wo er den einen immer Darkness genannt hat. Kennt das jemand? Chappelle Show? Beste... Nein! Ever! Nein! 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 Verdammt! Oh! Ah! Oh Gott! Yes! Nicht sterben! Harpune! Kannst mich mal! Frontflip! Booyah! Bottle Run! Nein! Bitte! Nein! Oh! Oh! Ja, wie soll ich denn... Hier komme ich doch... Im Leben! Eben nicht mehr drüber! No! Yeah, damn it! Nein! Ey, Sohne, Mann! Du bist mir richtig... Ey, du wirst jetzt erstmal hier... Zack! Und kriegst nochmal... Du kriegst nochmal einen mit! Dafür, dass du uns hier zweimal boykottiert hast... Na! Kommst du... Egal! Los geht's! Nein! Hier, warte! Kann ich den nicht irgendwie... No! Warte, warte, warte! Warte, warte! Ja, ja, Sohn! Hör auf mich! Dann! Er zieht einen dann irgendwie immer wieder nach oben mit! Da! Schon wieder! Wir leben! Sohn! Fahr! 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 Yes! Nein! Ach! Ich... Ich... Ich hasse dieses... Alter! Screw it! No! Meine Nachbarn denken wahrscheinlich auch, ich bin bescheuert, ey! Yes! Jawoll! Jetzt nochmal hier! Nein! Ey! Da... Die Pfeile! Wir können uns jetzt auch hier nicht wieder 20 Jahre mit diesem Level beschäftigen können, weil man da einfach nicht rüberkommt! Ey, Sohn! Ja, komm! Na, endlich! So! Komm schon! Den, 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 den! Den, den, den! Ja! Jetzt aber sowas von hier rüber! Stopp! Oh! Nein! Fall einfach nur runter! Ich springe ab! Yes! Bam! Ähm! Oh, Mann, ey! Das war ein krasses Level! Alter! Falter! Speedfall? Ich kenn' Spikefall, aber was ist denn Speedfall? Äh... Harpune? Ganz... Ganz ruhig! Ganz ruhig! Harpune! Oh Gott! Hu! Alter! Wir leben! Wir leben! Immer noch! Komm! Victory! Nein! Bitte! Bitte! Komm! Nicht noch mehr Harpun! Nicht noch mehr Ab... Nein! Du bist... Wie soll man das bitte schaffen? Ich schieß' den Sohnemann als erstes einfach mal runter! Der soll alles... Nee, nee, nee! Der wurde jetzt schon abgeschossen! Komm schon! Lebe! Lebe! Bro! Lebe! Kämpfe! Du hast nicht gekämpft! Da war nicht genug! Da musst du nochmal... nochmal ein bisschen... Bisschen... Nein! Okay! Timmy ist tot! Aber Timmy... Wie wir wissen... War sowieso... Jetzt! Was? Nee, nee! Tut mir leid! Jetzt nochmal hier, Timmy! Komm, mach das! Du machst das! Nein! Ey, heute ist aber auch schon wieder so! Jetzt! Komm! Nein! Ihr Hunde! Jetzt! Jetzt! Komm! 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 Äh... Ja! Was soll ich da machen? Ich falle hier einfach nur runter und muss irgendwie hoffen, dass die Apu... Ach komm ihr! Ihr Hunde! Alles Hunde! Da gucken wir uns lieber nochmal ein paar Level an hier! Viel wichtiger! Vor allen Dingen auch viel besser! The War of... Okay! 1812! 1812! Ja! Ja! So war das auf jeden Fall! 1812! Ist ja allseits bekannt, dass man hier mit dem Helikopter... Typen... Äh... Oh! Nein! Okay! Endboss! Der musste uns ja nicht interessieren! Was sind denn eigentlich die armen Kinder? Was haben wir mit denen eigentlich gemacht? Nein! Fahr doch! Fahr! Lebst du? Nee! Er lebt nicht mehr! Das wäre immer ein schöner First Try gewesen! Aber ich wollte da einfach zu viel! Ja! Ich fliege jetzt hier trotzdem einfach nur so hoch! Zack! Das machen wir ganz easy peasy! So! Jetzt hier wieder nach unten! Überhaupt! Kein... Problinski? McDonalds? Mh... McDonalds! Würde ich jetzt auch nehmen! Würde ich eigentlich nichts gegen! Okay! Ach! So werden Burger gemacht! Ah! Ich habe mich schon immer gewundert! Kommt eigentlich auch dem, was man da teilweise so vorgesetzt bekommt! Kommt ganz gut hin! Ja! Okay! Da gibt es glaube ich keinen Victory! Das ist einfach nur kompletter... Kompletter Fleischsalat! Aber mal richtig fett Royal! Flappy Bird Level? Das... Ah! Krass! Okay! Nein! Warte! Komm schon! Das Flappy Bird! Das machen wir jetzt hier aber nochmal! Nein! Ist ja gut! Nein! Okay! Flappy Bird in Happy Wheels! Kann doch eigentlich nicht so schwer sein! Komm! Jetzt kommt! Nein! Oh! Fuck! Crap! Okay! Flappy Bird Level die zweite! Nee! Eigentlich schon die dritte! Stopp! Hopp! Nein! Fail! Fail! Fahr! Flieg! Do! Abbruch! Drehung! Haha! Oh! Leute! Ey! Ich hab nicht mal Bock! Ey! Komm! Komm! Stopp! Komm! Warte! Kurz ein bisschen nach vorne! Jawoll! Wir haben noch ein bisschen Speed drauf! Einmal nach vorne! Jetzt wieder nach unten! Und... Na komm! Flieg! 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 ins Ziel! Und da ist der Victory in 32,10 Sekundos! Was haben wir denn jetzt nochmal hier schön? Blades? Das hört sich auch interessant an! Hm... Moment mal so... Au! Haha! Warte! Jetzt! Jetzt! Perfekt! Und... Nein! Stopp! Okay! Das war ein Fail! Jetzt! Jetzt! Und... Warte! Und... Jetzt! Nein! Ach! Blödes Timing! Na! Komm! Fahr, 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 fahr! Und jetzt einfach hier durch! Jawoll! Nein! Ey! Das ist ja richtig schwer! Alter! Wir haben jetzt... Stopp! Ach man! Warte! Hier weiß ich jetzt auf jeden Fall wie das schon geht! Nein! Ja okay! Oder auch nicht! Jetzt! Und dann können wir gleich direkt die hier nehmen! Nein! Jetzt! Jetzt! Uh! Man darf... Hä? Ich hab das doch eben auch immer in einem Schwung geschafft! Oh! Ach! 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 Lass die hier gleich aus! Oh! Jetzt komm! Ja! 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 Komm! Nein! Nein! Ihr Hunde! Und ihr Hunde! Das soll's gewesen sein! Mit Happy Wheels! Ihr seid natürlich keine Hunde! Ihr seid wie immer die besten Leute, die es gibt auf der lieben langen Welt! Und sofern ihr euch das unterhalten habt, lasst doch eine Bewertung da! Ansonsten war's das mit Happy Wheels für den heutigen Tag! Und rein! Bis zum nächsten Mal!